Ich kann nicht reden von mir in Sasserie. Meine Mutter war nett zu sein, und sie hat eine Brüder und sie hat einen Rang gekauft, eine Dörter Juweli, und sie sind dort gewohnt für so ein Jahr. Und die Mutter, sie war ein Horns, kam raus und sie kamen, 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 und sie kamen tot. Sie kamen heim mit zwei Schmuckern, der erste, vom Juweli bis hier. Der erste Schmuck ist, dass sie meinen Großvater waren, und sie ist in dieser Schmuck frei. Die nächste Woche sind sechs Kinder gekommen und das war sie. Wie alt ist sie gesehen? Wie alt ist sie gesehen, Großmüter? Oh, ich weiß nicht, vierzig, fünf Jahre alt. Kinder sind gleichzeitig. Ja, ziemlich gleichzeitig. Und mein Großvater ist nie zurückgegangen. Und wir sind gegangen und sie haben eine map. Oder was ist eine map? A plot. Und das ist ein großer Park an der Seite von Wernerts Mountain. Das ist für mein Großvater zu sagen. Ist nur eine Utopia. Utopia, ja.